Das große Vermögen, euch heute hier an diesem Platze vorstellen zu dürfen, ich mache auch noch mit, ey, nein, du noch nicht, Niklas, der großartige Goldkleid, Jumel Rackenflapper. Jumel! Auf, das fett mir ein, ich war ja am jetzigen Tage in der Schenkel, also damit, da habe ich eine Menge getrunken. Ihr seid doch ein nettes Publikum. War das jetzt Beileid? Sehr schön. So, Niklas, der großartige, will er auch einmal. So, wir wollen das Ganze natürlich ins Unermessliche steigern und gehen dann auch gleich über in die Freibald-Jonglage. Ein raunendem Publikum. Die Beine haben noch so ein bisschen nach dem An. Ein raunendem Publikum. Wir fangen alles an. Ein raunendem Publikum an. Sehr schön. Sehr schön. So, gib mir doch mal den Zweiten. Zwei Hände, zwei Gegenstände. Wir machen es gleich ganz kurz und schnell. Jetzt, Niklas, der großartige, für euch. Das Publikum ist übrigens da. Auch dauernd, das tut mir natürlich nur. Das tut mir natürlich nur leid, aber das liegt wahrscheinlich an meinen Kopfschmerzen. So. Aber um euch noch ein bisschen in Verzückung zu bringen... Ja, machen wir jetzt nicht ein Dicht Zwei, sondern sogar Drei-Ball-Jonglasche! Einrauden! Da ist das Publikum. Gut, Peter. Achso, sollte wieder erwarten, mal einer runterfallen, höre ich natürlich ordentlich jubeln und abgeklappern. So, aber ich hatte ja eingangs schon berichtet, ich bin nur der Lehrling. Das da ist mein großer Meister. Und um euch dann auch richtig zum Jubel zu bringen, wird er keine Drei, keine Vier. Und wie auch weiter es gehen mag, sondern er sagt mir, er zeigt jetzt hier zum allerersten Male in Osterholz-Scharnbeck nur für euch eine 14-Ball-Jonglage! Jubel! 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 Wir zeigen 13. Ihr müsst euch natürlich genauso konzentrieren. Niklas, der Großartige! 14 Bälle für euch! Jubel! 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 Wenn ihr keine Kurzweilen aufkommen zu lassen, werde ich euch dazwischenzeitlich noch mit ein bisschen anderer Jonglage unterhalten. Kann er mal aus dem Weg gehen? Ich rauf also schon mit der Ausstellung aufkommen. Wied ich ruhig? Wir werden rausслиden und rauszukippers. Schnelldustig. Wir haben die Kugel des Jesu occasionalen何en. Schnelldustig. Dass der Zugang auch zu lassen. In der Corona-Neig einsteig. Was machen wir irgendwas? Mensch, was machen wir? Wir müssen die Fröhle. Ich dachte doch, nicht so viel Krach, meine Kopfschmerzen! Was ist das denn, ein Elefantenpupst? Will er vielleicht noch ein bisschen machen? Niklas, der Großartige! Gut, dann unterhalte ich so lange noch ein bisschen das Publikum! Könnt ihr werfen? Versuch mal meine Schultern zu treffen! Nein, jetzt nicht! Ich brauche einen Punkt! Ein Rundel, das tut sich hoch und... Ich kann es zurück haben! Okay, ich bin nicht! Oh, Toppie! Einige! Einige! Kann er da noch mehr von? Hat er da noch mehr von? Kommt er doch nicht weg! Aha! Das war da für den Kompi! So hoch! Wir machen noch ein bisschen weiter! Hier! Schaut recht nicht gleich einfach mal! Hä? Ich bin am Filmen! Hier, du bist dran! Ich geh nie wieder in die Taverne! Vier bei für den Lärchen! Geh nur ab von meinem Haus! Prost! Ach! 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 Abweich! Keine Ahnung! Er wurde mir gerade aufgenötigt! Guck! Ach! 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 Und dann machen wir auch schon endlich! Und auf geht's! Hat Anne! Wenn euch diese kurze Davidehung tatsächlich gefallen hat, freut mich! So! Sehr schön! Vorbeugung! Igles und Herr! Hooray! Auf bald an dieser Städtin! Gehabt euch wohl, ebene Wege! Und geht noch ordentlich was trinken und essen! Schön!